Ericsons Theorie der psychosozialen Entwicklung identifiziert acht Stufen, durch die ein gesunder Mensch von Geburt bis zum Tod durchgehen sollte. In jeder Phase begegnen wir unterschiedlichen Bedürfnissen, stellen neue Fragen und treffen Menschen, die unser Verhalten und Lernen beeinflussen. Stufe 1. Urvertrauen versus Urmisstrauen. Als Kleinkinder fragen wir uns, ob wir der Welt vertrauen können. Und wir fragen uns, ob sie sicher ist. Wir lernen, wenn wir jemandem jetzt vertrauen können, können wir auch anderen in der Zukunft vertrauen. Wenn wir Angst erleben, entwickeln wir Zweifel und Misstrauen. Der Schlüssel zu unserer Entwicklung ist unsere Mutter. Stufe 2. Autonomie versus Scham und Zweifel. In unserer frühen Kindheit entdecken wir uns und unseren Körper. Wir fragen, ist es okay, ich zu sein? Wenn wir uns selbst entdecken dürfen, entwickeln wir Selbstvertrauen. Wenn wir es nicht dürfen, können wir Scham und Selbstzweifel entwickeln. Beide Eltern spielen jetzt eine wichtige Rolle. Stufe 3. Initiative versus Schuldgefühl. In der Vorschule ergreifen wir die Initiative, probieren Neues aus und lernen grundlegende Prinzipien, zum Beispiel, wie runde Dinge rollen. Wir fragen, ist es okay für mich zu tun, was ich tue? Wenn wir ermutigt werden, können wir unseren Interessen folgen. Wenn wir zurückgehalten werden oder gesagt wird, was wir tun ist dumm, können wir Schuld entwickeln. Wir lernen jetzt von der ganzen Familie. Stufe 4. Werksinn versus Minderwertigkeitsgefühl. Jetzt entdecken wir unsere eigenen Interessen und erkennen, dass wir uns von anderen unterscheiden. Wir möchten zeigen, dass wir alles richtig machen können. Wir fragen, ob wir es in dieser Welt schaffen können. Wenn wir von unseren Lehrern oder Kollegen anerkannt werden, werden wir fleißig. Das heißt, wir sind motiviert. Wenn wir zu viel negatives Feedback erhalten, fühlen wir uns minderwertig und verlieren die Motivation. Unsere Nachbarn und Schulen beeinflussen uns jetzt am meisten. In der Pubertät lernen wir, dass wir unterschiedliche soziale Rollen haben. Wir sind Freunde, Studenten, Kinder und Bürger. Viele erleben eine Identitätskrise. Wenn unsere Eltern uns jetzt erlauben, auszugehen und zu erforschen, können wir Identität finden. Wenn sie uns dazu bringen, sich ihren Ansichten anzupassen, können wir eine Rollenverwirrung erleben und uns verloren fühlen. Der Schlüssel zu unserem Lernen sind unsere Kollegen und Vorbilder. Stufe 6. Intimität und Solidarität versus Isolation. Als junge Erwachsene verstehen wir langsam, wer wir sind. Und wir beginnen, die Beziehungen, die wir zuvor aufgebaut hatten, loszulassen, um uns anzupassen. Wir fragen uns, ob wir lieben können. Wenn wir uns langfristig engagieren können, sind wir zuversichtlich und glücklich. Wenn wir keine engen Beziehungen eingehen können, fühlen wir uns am Ende isoliert und einsam. Unsere Freunde und Partner stehen jetzt im Mittelpunkt unserer Entwicklung. Stufe 7. Generativität versus Stagnation. Wenn wir die 40er erreichen, fühlen wir uns zunehmend wohl, nutzen unsere Freizeit kreativ und beginnen vielleicht einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Unser Anliegen ist Generativität. Wenn wir denken, dass wir die nächste Generation in diese Welt führen können, sind wir glücklich. Wenn wir einige Konflikte nicht früher aufgelöst haben, können wir pessimistisch werden und stagnieren. Menschen zu Hause und bei der Arbeit sind es, die uns am meisten beeinflussen. Stufe 8. Ich-Integrität versus Verzweiflung. Wenn wir älter werden, neigen wir dazu, ruhiger zu werden und auf unser Leben zurückzublicken. Wir fragen, wie ist es mir ergangen? Wenn wir glauben, gute Ergebnisse erzielt zu haben, entwickeln wir ein Gefühl der Zufriedenheit und Integrität. Wenn nicht, können wir Verzweiflung erleben und mürrisch und bitter werden. Zeit, uns mit der Menschheit zu vergleichen. Erik Eriksson war ein deutsch-amerikanischer Psychologe. Zusammen mit seiner Frau Joan wurde er für seine Arbeit zur psychosozialen Entwicklung bekannt. Er wurde von Sigmund und Anna Freud beeinflusst und wurde berühmt, weil er den Begriff Identitätskrise geprägt hatte. Obwohl Eriksson nicht einmal einen Bachelorabschluss hatte, war er Professor an Harvard und Yale. Millionen Schüler haben unsere Videos bereits angesehen. Tausende Lehrer spielen sie im Unterricht, um Projekte zu starten. Freiwillige auf YouTube haben sie in über 25 Sprachen übersetzt. Unsere Mission ist es, Learning by Doing in die Klassenzimmer der Welt zu bringen. Du bist ein leidenschaftlicher Lehrer und kannst gut erklären? Wenn du uns helfen willst, unsere gut recherchierten Inhalte zu erstellen, dann kontaktiere uns. Willst du uns mit einer Spende unterstützen? Dann gehe auf patreon.com. Jede kleine Spende von dir macht einen großen Unterschied für uns.